Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge ETS 2 Tag 12. Ihr wundert euch sicherlich, warum wir wieder in Hamburg sind, weil wir in der letzten Folge ja eigentlich unterwegs waren zu, nach Sofia in Bulgarien. Ja, das Ding war, ich habe lange nicht mehr gespielt und inzwischen hat das Spiel ein Update gemacht oder so und immer wenn das ein Update macht, wird das zurückgesetzt und auf der freien Fläche zurückgesetzt. Der aktuelle Auftrag, die man bis dahin hatte, wird abgebrochen. Ist halt so. Wir können also denken, dass, ähm, dass wir, ähm, ja, dass wir das gemacht haben. Also, gut, ähm, wir haben jetzt eine neue Fracht nach Landland müssen wir mit dem, ähm, mit dem Boybone-Kip. Ich weiß gerade nicht das Modell, ja. Da seht ihr ja da, die grüßen Maschine. Ein grüßen Kulass. Was übrigens ein DLC ist, also diese neuen Speertransporte. Jo, okay. Jetzt nicht lang schnacken. Los machen. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier, soweit hier. Muss ich mal gucken. Ja, rundum bleibt es drin. So. Gut. Ähm, mir soweit hier. Äh, ich hatte nur in den letzten Tagen, ähm, 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 ja, wenig Lust oder so. Biege nach rechts ab. Da kommt auch mal so, ich muss, ähm, in Stimmung sein. Aber jetzt geht's ja weiter. Und, ja. Also, wir fahren nach, ich guck mal hin, ähm, mit einem Knickelenk-Dumper, ähm, nach Wenspiels. Wenspiels. Also, in, ähm, Lettland ist es, glaube ich. Hm. Ja, gut. Gut. Also, es ist Tag zwölf eigentlich. Ja, Tag zwölf. Genau. Aber das sagte ich schon. Demnächst rechts abbiegen. Ähm, ja. Ähm, ja. Und, ähm, ja. Ja. Ja, für mir geht das soweit gut. Ich hab, war auch mittlerweile wieder ehrenamtlich unterwegs. Auf einer Ausstellung. War ganz gut. Leider ist die, wenn ihr das Video seht, ähm, schon, äh, vorbei. Aber ich, aber ich fand's gut. Nur, das Wetter war an dem Tag, äh, ein bisschen so optimal, also blöde, weil das Gerät wird halt. Ja. Gut. Ähm. Und dann links abbiegen. Okay. Biegen nach links ab. Gut. Na ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Jetzt läuft mich durch, Leute. Ehrlich. So. Gut. Warte. Ich muss mal eben bei dem Wegpunkt markieren. Wir können bis, wir fahren also hier hoch, ähm, an Kaliningrad vorbei, nach, ganz vieles. Ich glaube, das ist, das ist, das ist, das Land. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und, ja. Ähm, gut. Ich, ähm, ich denke, wir machen hier die erste Halt. Genau. Wir fahren bis da. Jo. Gut. Lass uns loslegen. Ja. Ähm. Okay. Lass uns eine neue Route finden. Oh, nee. Super, ehrlich. Nee, super Anfang. Sorry. Ja, das ist heute. Die Route viel mir mal. Ja, etwas hoch. Ja, es hört so, immer bei mir. Ja, es hört so, manchmal. Ja, das hört so, manchmal. Ja. Ja, das hört so, manchmal. Ja, es hört so, manchmal. Boche. Ich weiß. Ja, das hört so, manchmal. Ich weiße. Gürt. Wo就會, ja, ja. their Maße und der executive schütternen. Ja, das hört sich jetzt raus. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Was? Neue Route finden? Was? Scheiße. Ehrlich, heute geht alles scheiße. Ehrlich, heute geht es um das. Na ja manchmal ist es so. Da vorne in der... Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ah scheiße. Ja, ich möchte alle grüßen die mich kennen. Bitte rechts halten. Ja, und freue mich, dass ihr meine Videos bekommt. Wenn überhaupt. Und ihr könnt ja auch liken, wenn ihr mögt. Das wisst ihr aber nicht. Ihr könnt mir auch was in die Kommentare schreiben. Wie immer halt nur keine Hasskommentare. Bitte rechts halten. Also keine dämlichen wie Ey. Und so weiter, weißt du. Das wisst ihr also so. Ja. Bitte links halten. Ach ja, ich hab morgen das drunnen. Michael Myers das drunnen jetzt. Ich hab's ja zahm. Also der sucht mir die Aufträge raus und so. Und organisiert alles. Oh Mann, Kollege, ehrlich. Ja. Ja. Man. Ble 안 нами. Oh Mann, Charlotte. Oh Mann, Ich bin commerce oder ichkward. Ich karte immer direkt das drunter, with Jesus mit einer Feder Effectin. um das weiter konnte sehr viel. Oh Mann. Ich kriege mich, alles nicht wohl. Oh Mann. Oh Mann, irre Gla удивi einen. Oh Mann. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. 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 Oh man, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020